Wo ich mich befinde, auf der Straße und im Bad, hab ich keine Ruhe mehr, es ist doch wirklich schade. Was wollen denn die Jungs von mir, was schauen sie mich an? Als wäre ich ein wildes Tier, was habe ich getan? Dann, hey, bleib doch nicht stehen, hey, hey, lass mich doch gehen. Was schauen auch die Eltern, Herr, mir lächelnd ins Gesicht, nein, nein, ich hab das gar nicht gern und es gefällt mir nicht. Hey, lass mich allein, hey, hey, es darf nicht sein. Wen soll ich denn nur fragen, kann man mir es mir sagen? Wird Papi nicht verstehen, soll ich zu Charlie gehen? Wozu der neue Petticoat, der Pulli und die Schuhe? Ich glaube fast, ich werde rot, schauen sie mir länger zu. Hey, geht bitte weg, hey, hey, es hat keinen Zweck. Hey, geht weg, hey, 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 hey. Musik Wen soll ich denn nur fragen? Kann Mami es mir sagen? Wird Papi mich bestehen? Soll ich zu Charlie gehen? Wozu der neue Petticoat, der Pulli und die Schuhe? Ich glaube fast, ich werde rot, schauen sie mir länger zu. Hey, geht bitte weg! Hey, hey, es hat keinen Zweck! 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 Musik Es hat keinen Zweck! Es hat keinen Zweck! Es hat keinen Zweck! Es hat keinen Zweck!